Die Fliegerbombe konnte entschärft werden. Niemand ist zu Schaden gekommen. Ich bin unendlich dankbar. Für das FDG gibt es nur einen Weg. Es muss unerhört werden. Der Augsburger Schicksalsmarkt 2019 ist hiermit eröffnet. Heute ist ein guter Tag für Augsburg. Es gibt gute Nachrichten. Wir sind UNESCO-Weltkulturerbe. Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, und plötzlich ist es soweit. Zeit um auf Wiedersehen zu sagen und vor allem um Danke zu sagen. Gerne hätte ich dies bei vielen Menschen, die mich unterstützend begleitet haben, ganz persönlich gemacht. Mit einem dankbaren Handydruck bei einer freundlichen Begegnung. Leider ist mir das aber wegen der Corona-Krise nicht möglich. Deswegen auf diesem Weg. Heute blicke ich zurück auf zwölf Jahre Amtszeit als Oberbürgermeister unserer schönen Stadt Augsburg. Ich tue das wirklich mit Staunen. Ich mache das mit Stolz, aber vor allem mit Dankbarkeit und mit Demut. Was haben wir in diesen zwölf Jahren alles gemeinsam geschafft? Wir haben die Finanzmarktkrise bewältigt. Wir haben ein Konjunkturpaket für die heimische Wirtschaft geschnürt. Die Innenstadt haben wir neu gestaltet. Viele Infrastrukturprojekte realisiert und auf den Weg gebracht. Denken Sie doch nur mal an Kongress am Park oder an das Technologiezentrum im Innovationspark. Wir haben eine neue Kinderklinik, endlich eine Universitätsklinik und ein Staatstheater haben wir auch erreicht. Wir haben ein gewaltiges Schulsanierungsprogramm aufgelegt, eine moderne und bürgernahe Verwaltung weiterentwickelt und die Lebensqualität in unserer Stadt gestärkt. Ja, und wir sind UNESCO-Welterbe geworden. Wir sind aber auch gewachsen. Zwischenzeitlich sind wir über 300.000 Bürgerinnen und Bürger. Und das Schönste daran, mehr als 96 Prozent der Augsburgerinnen und Augsburger leben gerne oder sehr gerne hier. Welch ein schönes Kompliment für unsere Stadt. Und wir selbst spüren es auch. Auch unser Stolz auf unsere Stadt ist wieder stark geworden. Zu Recht. Aus vielen Begegnungen mit Vertretern von Städten in der ganzen Bundesrepublik und allen Ebenen in Gesellschaft und Politik weiß ich, das Ansehen unserer Stadt ist hoch. Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, die für mich bewegendsten Erfahrungen als Oberbürgermeister habe ich ausgerechnet in ganz schwierigen Situationen gemacht. Weil wir zusammengehalten haben. Wir haben Gefahren gemeinsam bestanden bei der Weihnachtsbombe 2016 und auch jetzt in der Corona-Krise. Wir haben große Herausforderungen bewältigt bei der Flüchtlingskrise zum Beispiel oder bei den großen Finanzmarktkrisen. Nicht so erfreuliche Erlebnisse waren eben auch Bestandteil meiner Erfahrungen als Augsburger Oberbürgermeister über die Jahre hinweg. Ohne solche Erlebnisse zu verdrängen, sehe ich gerne lieber die schönen Erlebnisse. Sie wiegen deutlich mehr. Die Grundsteinlegung für unsere neue Kinderklinik hat mich emotional berührt wie kaum ein anderes Ereignis. Oder der Aufstieg unseres FCA in die erste Liga. Der letztlich doch noch gelungene Umbau des Kurt-Frenzel-Stadions. Heute ein Schmuckkästchen. Oder die Freude über Olympiasiege unserer Kanuten. Und für mich ganz persönlich die freundschaftliche Verbundenheit zu einer über 100-jährigen Bürgerin unserer Stadt Augsburg und und und. Mein Abschied ist selbstbestimmt. Gleichwohl ist er mit Wehmut verbunden. Viele von Ihnen haben mich unterstützt, zu mir gehalten, auch in schwierigen Situationen und Zeiten. Viele von Ihnen haben sich für die Stadt eingesetzt und einen großen Beitrag zum guten Miteinander geleistet. Dafür danke ich Ihnen von Herzen. Viele von Ihnen haben mich sehr beeindruckt. Viele von Ihnen sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich war gerne Ihr OB mit Leib und Seele. Mein Ziel und Bestreben war es stets die Stadt und ihre Menschen voranzubringen, die Lebensqualität zu verbessern und eine sichere Zukunft für uns alle zu gestalten. Soweit ich dabei nicht jedem und allen gerecht werden konnte, bitte ich um Ihre Nachsicht. Mit Eva Weber übernimmt eine von mir sehr geschätzte Kollegin das Amt der Oberbürgermeisterin. Ich weiß, dass die Stadt bei Ihr in guten Händen sein wird. Bitte seien Sie auch Ihr gut gewogen. Ihnen allen wünsche ich ganz persönlich alles erdenklich Gute. Leben Sie diese wunderbare Stadt und seien Sie achtsam mit ihr. Ich sage nicht Liebe wohl, sondern ich sage auf Wiedersehen. Auf weiterhin viele gute Begegnungen und vor allem auf gute Zeiten für unsere Stadt und Ihre Bürger. Bleiben Sie gesund! Ich hoffe für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020